Welchen Charakter soll ich in der nächsten Star Wars Folge spielen? Hallo ihr großen und kleinen Träumer da draußen. Mein Name ist Damakasch und du siehst Rise Against the Empire. Ich bin hier in Folge 5 und möchte gerne die Mission hier bei ihm annehmen. Es gibt da einen Ort namens Beggar's Canyon. Die besten Piloten fliegen dort, aber es ist eine Herausforderung. Seid ihr bereit dafür? Nee, eigentlich nicht, weil ich sowas nicht kann, aber ich mache es natürlich trotzdem. Oh und, okay, was soll ich tun? Da draußen gibt es viele Wompraten. Jag sie hoch. Ähm, ich soll was... Oh. Ah ja, okay. Oh, 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 ah. Alles klar, oh, das sind aber... Oh Gott, ich treffe die im Leben doch nicht alle. Ich bin ja froh, wenn ich hier das irgendwie... Oh, Funken. Funken will ich. Oh, 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 oh. Oh, na, da geht es ja schon wieder rasant los hier. Aber ich habe gedacht, ich starte hier gleich mit der Mission. Okay. Die kann ich auch kaputt machen, die Sachen hier, ne? Ich muss sogar, glaube ich. Sonst habe ich, glaube ich, echt ein Problem. Alles klar. Juhu. Ich habe es geschafft. Habe ich es geschafft? Ah nein, ich muss noch schießen. Wohin? Auf wen? Warum? Die, die ich übersehen habe? Ne, ach so, andere Strecke. Oh, okay. Alles klar. Oh mein Gott. In der letzten Folge habe ich ein bisschen so über YouTuber gesprochen. Und ihr habt tatsächlich einige YouTuber empfohlen, die ihr selber so guckt und die ihr selber so mögt. So am meisten, also die meisten YouTuber sind dabei tatsächlich Dagi Bee, Bibi und natürlich Sepp waren auch dabei. Dann waren noch so Whitey war zum Beispiel mit dabei und so ein paar andere. Ja, sehr cool. Ne, das brauche ich nicht nochmal wiederholen. Und die Münzen haben gereicht. Perfekt. Achso, achso, jetzt könnte ich hier, ja, ich sollte das mal wieder verlassen, glaube ich. Was ist das hier? Muss ich das noch kaputt machen für irgendwas? Ist das so ein Wasserding hier? Achso, eins von fünf sogar. Ja, das sind die Wasserbehälter, glaube ich. Das mache ich dann mal. Also, viele sind dabei, wie gesagt. Bibi, Dagi Bee, Sepp waren viel dabei. Sepp gucke ich selber tatsächlich auch. Also, da mag ich ganz gerne die Videos von Fabi und Kalli. Die finde ich ganz cool. Ja, und obala. Ich war ganz überrascht, dass gar nicht so die großen Let's Player dabei gewesen sind. Ne, also es war so bei den... Oh, voilà. Bei euren beliebtesten YouTubern war kein... Gronkh oder Sarazar. Ich glaube, als Let's Player war noch Shivas Tochter dabei. Die kenne ich auch. Aber so von den ganz Großen war keiner dabei. Auch nicht PewDiePie oder so. Aber, ähm... Ja, guckt ihr gar nicht so viele Let's Plays eigentlich? Oder guckt ihr dann nur spezielle Spiele? Ich weiß jetzt beim... Beim Heino Kobold, der guckt halt gerne... Ne, da ist... Da muss ich gar nicht hin. Der guckt halt gerne... Einfach Disney Infinity. Und da gibt es... Da ist noch sowas. Da gibt es gar nicht so viele deutsche Let's Player, die das machen. Ne? Ich meine, deswegen hast du bestimmt auch selber deinen Kanal angefangen, Heino. Könnte ich mir vorstellen. Ne, dass das da auch einfach eine Rolle mitgespielt hat. Weil das gibt es ja nicht so viel. Und dann, ähm... Ja, wenn das keiner macht, kann man das auch selber machen, oder? Ja. Komm her. Zack. Bam. Bam. Haha. Sehr gut. Das, ähm... Heißt das Mission erfüllt? Ich, ähm... Weiß gar nicht genau, wo muss ich hin? Was, ähm... Soll ich hier? Und... Wo bin ich? Wo bin ich? Was tue ich hier? Ich husch jetzt mal da drüben irgendwo. Das Geld reicht ja jetzt. Wander ich hier durch die Botanik. Oh, da ist noch so ein... Nein, ähm... Zielen vielleicht. Wäre gar nicht so übel, oder? Oh, boah. Warte mal. Ach, zwei Stück. Guck an. Ah, ich schieße mal mit dem falschen Knopf, Mann. So, einer. Und da war aber noch einer geflogen. Ich wollte gerade sagen, ich habe das doch wo gesehen hier. Komm her, du. Haha. Ich habe dich erwischt. Ich habe bestimmt aber welche da hinten noch übersehen. Könnte ich mir vorstellen. Dass ich da wieder irgendwelche versemmelt habe. Also ich laufe jetzt hier durch die Botanik. Mitten im Nichts. Sagen wir doch, wie es ist. Ist ja wie bei mir zu Hause hier. Ja, ich wohne auch mitten im Nichts. Hier ist echt nichts, ne? Ich bin ja so ein Landei hier. Geboren wurde ich tatsächlich in der großen Stadt. Ich komme ja ursprünglich aus Norddeutschland. Dann sind wir aber wegen Job und bla und so. Dann sind wir dann irgendwann nach Bayern gezogen. Also Oberfranken eigentlich. Und ja, hier hänge ich halt jetzt auf dem Lande fest. Hier sind wir damals tatsächlich aufs Land gezogen. Wegen unserer Tochter hauptsächlich. Weil wir gedacht haben, dass das für Kids, wenn sie noch kleiner sind, schöner ist, auf dem Land groß zu werden als in der Stadt. Jedenfalls war das so unsere Idee dahinter. Und ich glaube, das ging auch tatsächlich ganz gut. Also ich glaube, das war eine gute Idee. Okay, pass auf. Die kleinen Bantas sind fortgelaufen und ihre Mutter gibt keine Milch mehr. Hol die Jungen schnell zurück. Alles klar. Ja, da habe ich jetzt wahrscheinlich aber wieder eine Zeit, oder? Ah, da oben ist eins. Guck mal, da husche ich mal hoch. Ich queste hier mal. Während ich erzähle, queste ich jetzt hier kleine Baby-Bantas. So. Hier hoch. Genau. Und jetzt wohne ich hier halt auf dem Land. Und da ist das schon immer tatsächlich. Also wenn du hier irgendwas machen willst. Na? Wo muss ich denn hin? Da wird es mir angezeigt. Wenn du hier irgendwas machen willst, dann bist du schon immer echt irgendwie ein bisschen, ein bisschen aufgeschmissen. Muss ich ja ganz ehrlich mal zugeben. Also. Ach so. Ach, das muss da rein. Weil du hier halt nicht gescheit wegkommst. Oh, Boller. Juhu. Eins von drei. Also du kommst hier nicht weg. Das ist echt immer irgendwie so ein kleines bisschen Trauerspiel. Also es ist echt immer ein Aufwand, ne? Wenn du irgendwas organisieren willst. Jetzt kommt meine Tochter irgendwie demnächst vorbei. Und da möchten wir gerne. Sie möchte sich ein Dündel irgendwie holen. Und oh, da muss ich jetzt. Ah, da muss ich mir ein Dings holen. Ja, okay. Dann muss ich da vorne. Dann nehme ich Mama Banta. Dann sollte das gehen, hoffe ich. Sie möchte sich ein Dündel holen. Und da wollen wir halt in die Stadt. Und das mussten wir jetzt echt planen. Sie sagt, oh, könnt ihr Montag nehmen. Montag blöd und bla. Und das ist echt so ein bisschen Hickhack. Ganz ehrlich. Hier so auf dem Dorf. Das ist nicht so toll. Ach, bevor ich das vergesse. Ich habe gedacht, für die nächste Folge so. Ich habe sie angegriffen, ne? Oh, ich muss die jetzt erst kaputt machen. Okay, dann mache ich das jetzt erst. Weil ich sie ja angegriffen habe. Ich konnte es ja nicht lassen, ne? Für die nächste Folge habe ich mir überlegt. Dürft ihr euch aussuchen, welchen Charakter soll ich denn eigentlich in der nächsten Folge spielen? Ich zeige dir jetzt mal, welche Charaktere ich habe. Vielleicht am einfachsten, oder? Nicht weglaufen hier. Ich brauche dich noch. Guck mal, ich zeige dir das mal. Also, die Frage der Folge lautet, welchen Charakter soll ich in der nächsten Star-Wars-Folge spielen? Und das sind die Charaktere, die mir zur Verfügung stehen. Und ich weiß gar nicht, ob man sie alle hier spielen kann. Ich glaube, ich kann, ähm... Also, ich glaube, Anakin geht. Also, du kannst auswählen zwischen Anakin, zwischen Luke, zwischen Leia und zwischen Rey. Ich glaube, die geht auch. Ich glaube, die sollte gehen. Also, schreib mir deinen Wunsch unten in die Kommentare rein, ne? Ich, ähm, gehe hier jetzt mal wieder zurück. Ja, Rey geht auf jeden Fall schon mal. Und dann, ähm... Ich wechsle aber nochmal. Ich bleibe jetzt bei Leia. Schreib mir deinen Wunsch gerne in die Kommentare hinein. Und... Dann spiele ich das nächste Mal mit deinem Wunschcharakter. So, und jetzt mache ich das Ding hier mal auf. Wo das Baby drin ist. So. Ach, kann ich das hier... Ja, super. Guck mal. Guck mal, wie stark Leia ist. Leia trägt das Bantha-Baby. Baby. Auf zwei Händen. Sehr, sehr episch. Ja, hoffentlich macht das jetzt kein Pup. So. So, und jetzt das nächste noch. Guck mal, da bleibe ich hier gleich auf Mama Bantha. Oder? Sicher ist sicher. Man kann nicht wissen. Nachher brauche ich das wieder und dann muss ich wieder zurücklaufen und... You know what I mean. So. Da die Tür hatte ich aber schon mal aufgerammt, glaube ich. Ähm... Naja, ist egal. Passt schon. Und da habe ich das nächste erwischt. Siehst du, und das sind dann schon drei von drei tatsächlich. Das ging ja dann schnell. Ich möchte... Also, falls sich jemand wundert, ich könnte den Millennium Falken jetzt natürlich schon auslösen. Hurra! Ich könnte den Millennium Falken natürlich auslösen. Weil das Geld reicht, ne? Juhu! Ein neues Konzept freigeschaltet und Stufe aufgestiegen. Aber das möchte ich jetzt gar nicht... Möchte ich jetzt gar nicht machen. Ich möchte schon die Missionen machen, die hier noch sind, ne? Dass ich die Missionen auf dem... Planeten alle gemacht habe. Ich will nicht so durchhuschen. Das finde ich dann auch doof. Das, ähm... Macht mir da nicht so viel Spaß. Also, was ist denn mit ihm hier? Der Detektor an der Tür ist zertrümmert und alles ist voller Druiden. Werd sie los, bevor wir mit der nächsten Nummer fertig sind. Okay. Bin bereit. Ach so, äh, ich muss hier... Wo muss ich die denn hinbringen? Ich habe ja nur so wenig Zeit. Ach, ich muss die einfach nur rausschmeißen. Ach so, vier Stück. Oh, lauf, lauf, lauf. Ich kann ja nur einen tragen. Nein. Zwei. Alles klar, das sollte machbar sein hier. Aber schöne Missionen sind hier. Das macht echt Laune. Ich finde, das ist ganz cool gemacht. Also, ganz ohne Frage. Das macht echt richtig Spaß. Ich finde, das Star Wars Playset echt cool bis jetzt. So. Tada! Geschafft! Sehr schön. Damit hätte ich hier die Mission auch fertig. Oh, gib mir die Münzen. Gib sie mir. Gib mir die Münzen. So, jetzt ist da hinten noch was. Guck mal. Ne, da ist innen. Das ist hier doch innen, ne? Da ist noch was. Ja, sehr schön. Das ist ja cool. Okay. Jetzt laufen unten übrigens die Träumergrüße durch. Es sind hier in diesem Let's Play immer nur wenig, ne? Weil das nicht so viele gucken. Aber ich freue mich sehr, dass ihr gegrüßt werden wolltet. Liebes Grüße auch an dich, André. Weil es in PVZ nicht geklappt hat. Aber dieses Mal grüße ich dich hier an dieser Stelle. So. Welche nächste Mission habe ich denn? Komm her. So. Jetzt sei still und hör zu. Ich bereite etwas Besonderes vor. Und habe eine Liste mit Sachen, die du für mich besorgen wirst. Okay? Leg los. Na, was bereitest du denn vor? Wo muss ich denn hin? Was möchtest du denn finden? Suche die Geheimzutaten. Ach, das ist da hinten. Ja, pass auf. Oh, einmal bitte. Nee, nee. Das ist schon das Richtige. Ich möchte da... Da bin ich ein bisschen schneller, ne? Statt da jetzt wieder hinzulaufen. Oh, ich glaube, ich muss hoch. Alter. Ja, wenn die Kamera... Ja, wenn die Kamera... Also, das ist wirklich... Das ist aber am... Ich weiß nicht. Ist es an der... An der Playstation auch manchmal verknüttelt? Ich kann halt die Kamera nicht drehen. Das geht halt nicht. Und so sehe ich halt ja null, wo ich hinfliege. So kann ich die Kamera dann wieder drehen. Weißt du? Verstehe ich überhaupt nicht. Das ist echt ein Bug. Und es wird auch garantiert nicht mehr behoben werden. Weil ja... Oh, boah. Das Spiel... Den Rest kann nicht laufen. Weil ja das Spiel nicht mehr weiter supportet wird. Also für den Computer ja schon ein bisschen länger nicht. Ach, da unten. Guck mal. Und das ist natürlich ein bisschen doof. Münzen. Münzen. Da guck an. Fast wäre mir abhandengekommen. Oh, was ist da drin? Da ist... Oh. Da müsste ich mal rein, glaube ich. Aber da muss ich mir so einen Banter holen. Na gut. Jetzt sammle ich erstmal die Zutat ein hier. Eine von drei. So, da hinten. Ah, jetzt muss ich da hoch. Komme ich da von hier hoch? Ja, bestimmt, oder? Ja, guck mal. Da komme ich hier so... Wenn ich hier so am Rand entlang gehe, dann sollte das gehen. Ja, perfekt. 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 Jetzt ist ja auch das für alle Star Wars Fans, ne? Das Lego... Ähm... Erwachen der Macht Spiel ist rausgekommen. Ich habe tatsächlich noch nicht geguckt und das auch noch nicht ausprobiert. Ich habe es mir nämlich nicht gekauft bisher. Weil ich habe so viele Spiele, die ich momentan spiele. Ich kann unmöglich ein neues anfangen. Und dann kommt noch dazu, dass es... Da hinten. Dann kommt noch dazu, dass es da wieder einen Season Pass gibt. Und ich mag das immer nicht so. Mit diesen Season Pass gehampelt. Das habe ich schon mal in einem Lego Let's Play erzählt. Dass mir das einfach missfällt. Und ja, so ist es dann halt. Oh, guck mal. Da ist noch... Da ist ein bisschen was, was ich jetzt hier machen kann tatsächlich. Aha. Oh, ne. In das Wurmloch möchte ich da nicht so gern. Aber den hier möchte ich. Einmal. Ich muss eben mal gucken, wie viele das hier gibt in dem Level. Das kann man, glaube ich, irgendwo schauen. Und ich sehe, da oben ist noch so eine Münze. Ich muss da irgendwie hoch. Na, von hier schon mal, meine ich. Aber von hier vielleicht. Oh, bella. Hoch mit dir. Na, da kletter ich doch gerne hoch. So. Und... Tada. Ja, das war Boba Fett, oder? Ja, cool. Cool, cool, cool. Boba Fett. Ähm. So. So, komme ich jetzt hier auch hoch? Ich hoffe mal. Guten Tag, guten Tag. Ich möchte hier das nur einsammeln. Mission erfüllt. Ba, 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 ba. Sehr cool. Was habe ich denn? Ein Fels... Oh, Kaptapult. Ach, guck mal. Jetzt sind die, ähm... Tasken, oder so. Wie sie heißen. Sind gar nicht mehr da. Hätte ich die wohl kaputt machen müssen. Ist das ein Mynox? Nee. Nee, das ist irgendein... Irgendein Sandvieh war das nur. Ja, aber das war es auch schon wieder für diese Folge. Ich danke jetzt sehr fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und Begleiten. Wenn es dir gefallen hat, kannst du mir natürlich gerne einen Daumen nach oben dalassen. Ich freue mich sehr. Ich würde mich natürlich auch freuen, wenn du nächste Woche wieder zu Star Wars Rise Against the Empire mit am Start bist. Und ich hier fröhlich weiter vor mich hin queste. Jetzt sage ich bis zum nächsten Mal. Ciao, ciao. Deine Damakasch. Auf Wiedersehen. Bis zum nächsten Mal.